Sind sie ein Kind der 90er? Haben sie Sailor Moon geliebt, wie sie diesen Mondstein geworfen hat, sich von der Katze volllabern lassen hat und ständig verpeilt durch die Gegend lief? Erinnern sie sich noch, wie Bunny es einfach nicht geschissen gekriegt hat, gegen die dunklen Mächte zu bestehen, ständig am Heulen und am Flennen war, ständig von ihren Freundinnen zusammengeschissen wurde und das alles irgendwie nicht so, hat sie das nicht so getatscht? War ihnen das zu viel Mimimi? Dann haben wir exklusiv für sie im Jahre 20, 22 eine vollständig neue Entwurfsreihe. Ares Moon, der bärtige Typ vor der Kamera. Er heult nicht, er nervt nicht rum, Bösewichte kennt er keine, absolut kein Stress, aber er verzieht heftig das Gesicht, wenn man diesen Namen sagt. Sie möchten einfach einen Helden haben, der einfach nur sitzt und sonst gar nichts zu geschissen kriegt? Klingt doch gut, oder? Nicht eine rumhumpfende Tuse in einem kurzen Röckchen, die halbnackt rumfliegen zwischendurch, sondern einfach einen bärtigen Typen vor einer Kamera. Dann willkommen hier. Ares Moon. Nur für sie. Exklusiv für alle, denen es tierisch auf den Sack ging, dass die älte nur am Heulen war. Hier keine Heulerei. Oh, Ares Moon. Oh, Gott. 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 Oh, Gott